Hey, Lust auf den Spaziergang? Brauch ich nicht mehr. Hab heute schon 15.000 Schritte. Willkommen alle zusammen im letzten Semester. Der weibliche Orgasmus ist immer noch ein Thema, das übergangen und ausgeblendet wird. Ich mache eine App über den Orgasmus. Wird schon. Sex ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Paulina, willst du mich heiraten? Irgendwie ist das so endgültig. Man kann sich wieder scheiden lassen. Weil ich überhaupt nicht auf die Reihe kriege, was da abgeht. Ich habe nur mein Gehirn. Hattest du nicht schon oft Sex? Ist das eine Frage oder ein Angebot? Ich übernehme den theoretischen Teil und du den praktischen. Das wird ein gemütliches Masturbationslabor. Ich möchte eine App entwickeln über den weiblichen Orgasmus. Litoris, der G-Punkt, damit beschäftigst du dich? Beim Sex geht es um Gefühle, nicht um Effizienz. Verdammt, wichtig für mich, für dich und für alle anderen Frauen auch. Morgen erhalten Sie von der Hochschule die offizielle Stellungnahme. Dazu kommen Sie bitte ins Dekamant. Wenn du auf deiner Suche etwas findest, das dir wirklich am Herzen liegt, dann kämpfe dafür. Ich finde alle gut. Und jetzt atmen wir mit unserer Vagina. Dein Projekt ist genial, absolut genial. Du kannst es nur nicht umsetzen. Die Spiele sind eröffnet. Tief einatmen. Durch die Vagina? Nein, ruhig, ganz normal.